Und Liao Cheng-Ting muss dagegen halten. Darum wird es jetzt sehr aggressiv, sehr durchschlagskräftig ist. Auch bzw. zurückschlagen muss auf der anderen Seite der Rückhandrückschlag aus der Vorhand. Und hier setzt dann an, ist natürlich unglaublich. Den Arm möglichst schnell wegnimmt, damit der Gegner eine freie Sicht auf den Ball hat. Sehr gut. Mitterrückhand wartet. Für Hugo Calderano, der natürlich auch hier extrem favorisiert ist. Und ich muss sagen, die Position gar nicht optimal, ein bisschen Distanzverlorent. Aber das ist im Augenblick... ...Klackskraft von Hugo Calderano zu stoppen. Wahnsinn, sehr gut gespielt von Hugo Calderano. Mit Aufschlag. Aus der kurzen Vorhand, wie er mitunter da mit Vorhand agiert. ...Ihm dann auch mit der Rückhand von dort gut zurückzuschlagen. Die Rückhand-Banane. Aber... Top-Spieler locken sozusagen den Gegner, um die Diagonale anzuspielen. Dann direkt den Punkt gewinnen zu wollen. Da hat man zwei Möglichkeiten, als Rückschläger findet. Muss ja nicht unbedingt umlaufen, gegen der Stärkenrückhand. Diesmal... ...Liau ist im Spiel. ...Warno etwas nach oben gegangen. Ich bin dem Ball mit der Vorhand nicht getroffen. ...Fiel zu bleiben. Ball für Liao. Ball abgewehrt, zehn beide. Tore! 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 Selbst er ein klein wenig nervös. Tore! Tore! Und diesmal schätzt Liao den Aufschlag von Hukhalder. Nummer zwei zum 15-13 zu verdanken hat. Tore! 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 Satz klar, den zweiten Satz verliert man in Verlängerung. Gut. Habe ich auch empfunden. Überhaupt keine Probleme mit dem Aufschlag. Rückschlagvorteil. ... und so muss man es auch bei Liao dann handhaben. Spiel auch in Satz Nummer 3 bisher super gespielt. Eigentlich nach wie vor hat er nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Und alles zu gewinnen bedeutet jetzt hier im Augenblick... Hier muss er sich natürlich was überlegen. Glaub ich ein Tick über seinem Niveau. Ja schon der Dominantere ist. Ohne Frage, der wird auf Dauer dann auch sich durchsetzen. Ja auch macht das gut. Genau. Lange Ballwechsel spielen. Das was wir gerade auch sagen... ... angesprochen, kann Liao das auf diesem Level so halten? Hier ist der Vorsprung für Calderano. Er kriegt das Spiel wieder in den Griff. Super. Auf das Terrain von Hugo Calderano. Da wird Hugo Calderano am Ende dann der bessere sein. Das muss er versuchen zu verhindern. Wie er geblieben ist. Genau. Ja er wirkt jetzt auch. Als er dann diese zwei, drei Punkte Vorsprung hatte da... Weil er muss liefern. Das ist ganz klar. Das hat er im Hinterkopf. Er muss hier liefern. Eigentlich die echte Wahrheit. Ja. Bei 10, 9 gehe ich Kaffee trinken. Und das meinte die mal mit Placement. Da haben sie dort eben noch ein klein wenig platzieren können. Anderthalb Minuten. Aufschlag in die Vorhand. Klasse. Ja. Viel gefehlt. Und darf nicht im Spin-Spin in der fallenden Phase akkieren. Einziehen können, aber genau das, was du beschrieben hast. Und die... Von Ruhe Calderano. Er ist ein abgewärts. Das war's. Da hat er ihn genommen. Und die Fouls geht nach oben. Ruhe Calderano sichert sich. Dieses Spiel nach großem Kampf. Und die Fouls geht nach oben.